und leider weiß ich nicht mehr welcher film das hier war aber der wird halt wirklich in diesem raum gedreht zumindest die szene bei der kulisse hier sieht man einen nachgestellten teil vom weißen haus und manchmal wurden die bilder abgenommen und auch der flur hier für andere zwecke genutzt weiter geht es zum drehort von jim knopf hier ist einmal die lokomotive dann noch so eine höhle wo dann auch die ganzen effekte mit drin sind die sehen hier im echten gar nicht so bemerkenswert aus wie im film und dann geht es auch schon weiter